Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Gitarre spielen nach Noten. Diese Thematik ist für die meisten von uns Gitarristen ein rotes Tuch oder zumindest ein großes Problem. Wir sind ja fast alle mit Tabulatur und Griffbildern aufgewachsen und tun uns mit der klassischen Notenschrift schwer. Dabei kann man das Spiel nach Noten relativ einfach lernen und genau darum geht es in diesem zehnwöchigen Crashkurs. Wir fangen bei 0 an. Ich erkläre dir die Notenschrift und am Ende des Kurses wirst du in der Lage sein, alle möglichen Lieder auch nach Noten zu spielen. Der Kurs besteht aus zehn Lektionen, die im Abstand von jeweils einer Woche freigeschaltet werden. Dabei gibt es immer ein PDF mit einem Theorieteil sozusagen, also wo alles gezeigt wird, die Grundlagen, um die jeweiligen Notenbeispiele der Woche zu spielen. Nach diesem Theorieteil folgen fünf Etüden, also fünf kurze Übungsstücke für fünf Wochentage gedacht. Also das wäre natürlich das Ideal, dass du es schaffst, an fünf Tagen jeweils eine dieser Übungen zu spielen. Die Übungen sind dann nur in Noten aufgeschrieben und damit du aber am Ende überprüfen kannst, ob du alles richtig gemacht hast, gibt es immer in der folgenden Woche dieselben Beispiele nochmal mit zusätzlicher Tabulatur und ich spiele alle Beispiele auch einmal im Video vor, aber eben immer erst in der darauffolgenden Woche, sodass du erst mal auf dich alleine gestellt bist und nur anhand der theoretischen Vorkenntnisse, die vermittelt werden, die Notenbeispiele spielen sollst. Ich habe das auf diese Art und Weise mit vielen Schülern schon ausprobiert und die haben eigentlich alle schneller die Noten gelernt als anfangs gedacht. Es ist also wirklich kein großes Problem. Man braucht nur ein bisschen Ausdauer und Routine. Es ist genau wie lesen lernen. Also genug der Vorrede, fangen wir an.